Wir möchten euch den Netzelektriker heute ein bisschen näher bringen, vor allem Schwerpunkt Energie. Der Isolator ist dazu zuständig, um zu schützen vor Holtstangen. Netzelektrik ist ein ziemlich vielseitiger Job. Man muss eigentlich gerne im Team zusammenarbeiten. Es ist halt immer draussen, in jedem Wetter. Wo gehen Sie in die Berufsschule? Wir gehen jetzt in die Berufsschule GIP in Lorelen, in Bern. Wir gehen jetzt in die Berufsschule.